Wie sieht's denn aus? Ich hab jetzt einen roten Fleck direkt im Schritt, ne? Hallo Leute! Ja, ich seh ein bisschen anders aus. Es ist kurz vor Halloween. Und das ist natürlich ein Halloween-Video! Ähm, ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich so eine Art Zombie mit ekligen Wunden. Und da stecken solche Sicherheitsnadeln durch. Ja, ist eklig. Finde ich auch eklig. Macht mega Spaß zum Schminken. Und falls ihr für Halloween noch was braucht, dann schaut euch unbedingt dieses Tutorial an. Und seht, wie ich das geschminkt hab. Viel Spaß! Ich nehm zuerst einen dunkelroten Lippenstift. Das hier ist der Manhattan Ultimate Cherry 560. Und trage den mit einem Lip Liner auf meinem Gesicht auf. Und zwar da, wo ich die Wunde haben möchte. Dann braucht ihr flüssiges Latex. Ich setze euch natürlich allerdings wieder unten in die Infobox. Und das trage ich mit so einem Pinselchen da auf, wo wir jetzt rot gemalt haben. Und bevor das trocknet, mache ich so ein Kosmetiktuch auseinander und nehme mir dann so kleine Fetzen und klebe die mir da mit drauf. Das lassen wir dann erstmal antrocknen. Und dann schneiden wir das außenrum, was unnötig ist, weg. Dann tragen wir nochmal eine Schicht Latex auf. Und nochmal ein bisschen Kosmetiktuch. Diesmal versuche ich wirklich kleine Fetzen zu machen, weil es einfach cooler aussieht. Und wieder trocknen lassen. Dann schneiden wir die abstehenden Enden wieder weg. Und dann kommt natürlich wieder eine Schicht Latex, mit der ihr alles richtig schön verstreicht, dass das wirklich so in eure Haut übergeht. Und jetzt müsst ihr es wirklich sehr, sehr gut trocknen lassen, damit wir danach gleich das Ganze aufschneiden können. Wenn es wirklich richtig gut getrocknet ist, dann tragt ihr darüber Make-up auf. Wie ihr das macht, ist natürlich euch überlassen. Ich benutze erstmal ein etwas helleres Make-up, weil ich das Gefühl habe, dass es ganz schön dunkel werden könnte, weil es halt keine ebene Fläche ist. Ich benutze von MAC das Studio Fix Fluid in der Farbe NW10. Und mein Make-up Eye von Ebelin. Das ist jetzt natürlich wirklich ganz schön hell. Deswegen benutze ich noch das Fit Me Make-up von Maybelline in der Farbe 105. Und dann sette ich das mit einem transparenten Puder. Jetzt kommt eigentlich ein ganz cooler Teil, denn ich nehme meine Schere und schneide das Ganze auf. Bitte erwischt nicht eure Haut. Das könnte echt schmerzhaft werden. Und ihr solltet da aufschneiden, wo ihr vorher diese rote Linie mit dem Lippenstift gezogen habt. Ich habe so Angst, dass ich mir gerade in die Haut schneide. Ich finde das schon eklig, mich da in der Kamera dabei anzugucken. Jetzt noch ein bisschen nach unten. Ihr seht mal, wie fest das ist. Das ist wirklich richtig fest an der Haut dran. So, und jetzt kommt der coole Part. Also die Sache, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Weil jetzt so langsam nimmt das etwas Form an. Und so langsam wird es, glaube ich, ganz cool. Übrigens ist nicht schlimm, wenn hier wirklich krasse Übergänge sind. Denn da kommt am Schluss eh noch Blut und so drüber. Bei mir ist es halt echt blöd, ein bisschen mit dem Hautton. Also jetzt im Spiegel sieht es ein bisschen komisch aus. Aber das wird noch. Ich benutze jetzt als erstes so einen Lippenpinsel. Der kann auch ruhig noch rot sein von vorhin. Und einen schwarzen Eyeliner. Der hier ist jetzt von Alverde gewesen. Aber ihr könnt auch jeden anderen schwarzen Eyeliner nehmen. Oder natürlich auch einen schwarzen Kajal. Und dann geht ihr hier wirklich innen rein. Und wir müssen jetzt ganz viel Tiefe schaffen. Und dann malen wir das Innen schwarz an. Weil mir das noch nicht schwarz genug ist, nehme ich noch aus der Naked 2 Palette diesen richtig tiefschwarzen Ton und trage den auch noch auf. So, und weil wir ja wollen, dass die Wunde auch so richtig offen aussieht und als würde eine Hautfetzen rausgucken, nehme ich mir die Schere und schneide hier am Rand so ein bisschen was von der Haut weg. Jetzt kommt nochmal mein roter Lippenstift in Einsatz. Und zwar nehme ich dafür einfach so einen Lidschattenpinsel. Und tupfe den einfach so hier über die ganze Wunde drüber. Wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, ihr habt außen ein bisschen zu viel Schwarz abgekriegt an der Haut, dann könnt ihr da auch noch ein bisschen was abschneiden. Und jetzt benutze ich noch so einen lilanen Lidschatten. Der sollte auf jeden Fall auch matt sein. Das ist jetzt von P2, die Farbe 200 Purple Shock. Und gebe mir da ein bisschen was auf den Pinsel und tupfe das noch so ein bisschen außen rum, dass es so aussieht, als wäre das so Bluterguss mäßig. Als hättet ihr so richtig eine drauf gekriegt. Und jetzt kommt das Kunstblut. Dafür nehme ich auch wieder diesen Lidschattenpinsel. Und das ist jetzt wirklich ein bisschen eine Sauerei. Also zieht euch alte Klamotten an für den ganzen Look. Trag jetzt das Kunstblut erstmal in der Wunde auf und dann auch noch ein bisschen außen rum. Direkt auf die Hose. Direkt auf die Hose getropft. Wie sieht es aus? Also ich habe jetzt einen roten Fleck direkt im Schritt, ne? So, ihr dürft ruhig richtig viel auf den Pinsel machen, denn das Kunstblut soll ja auch noch so richtig schön runterlaufen. So wie hier. Das ist sehr gut. Wo ist das hingerollt? Wieder in meinen Schritt. Yay! Ich nehme jetzt diesen kleinen Eyelinerpinsel. Okay, das ging in den Ausschnitt. Nochmal in den Ausschnitt. Das richtig Ekliche kommt jetzt aber erst, denn ich nehme jetzt Sicherheitsnadeln. Das könnt ihr natürlich auch drauf machen, bevor das Blut drauf ist. Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Und die Sicherheitsnadeln, die stecht ihr jetzt durch dieses Zeug durch. Und nicht eure eigene Haut erwischen, bitte. So. Und dann natürlich zumachen. Jetzt könnt ihr die so ein bisschen hoch und runter machen, damit die auch innen schön voller Blut wird. Und dann macht ihr jetzt einfach mehrere rein, egal welche Größe, was euch halt gefällt. Ich mache jetzt zum Beispiel noch ein paar kleinere rein. Oh, guck mal. Sieht voll aus, als würde ich wirklich bluten. Ich liebe Halloween einfach. Jetzt nehmt ihr nochmal ein bisschen Latex und befestigt die Klammern quasi. So. Dann gehe ich einfach hier ein bisschen unter der Klammer durch und ein bisschen drüber. Und jetzt fehlt nur noch ganz, ganz viel Blut. Was auch echt cool aussieht, ist, wenn ihr ein paar Hautlappen so ein bisschen nach unten macht, damit man wirklich sieht, dass da Haut offen ist oder dass es zumindest so aussehen soll. Und das Blut kann wirklich überall verschmiert sein, denn so wäre das bei einer echten Wunde natürlich auch. Und schon wieder mein Schritt. Ey, das gibt's noch nicht. Und in meinen Ausschnitt. Schnitt und Ausschnitt. Und auf mein T-Shirt. Jetzt ist es vorbei. Das ist eh egal. An so Stellen, wo man jetzt das Latex noch sehr sieht, wie hier unten zum Beispiel, gehe ich nochmal in meinen lila Lidschatten rein und gehe an den Stellen nochmal so ein bisschen drüber. Jetzt schminke ich mich noch so ein bisschen verheult, weil, ey, als würde das nicht wehtun. Finde ich mir einmal Fettkajal. Und dann nehme ich mir so ein bisschen einen fluffigen Pinsel, ein bisschen größer, und gehe in diesen schwarzen Ton aus der Naked 2 Palette rein und trage das hier unter den Augen auf und über den Augen. Und das darf ruhig sehr fleckig sein. Und dann nehme ich mir nochmal so einen kleineren Pinsel und mache eigentlich genau das Gleiche, nur noch so ein bisschen definierter, dass da nicht so hautfarbene Lücken drin sind. Ihr könnt es gerne noch so ein bisschen nach unten ausblenden. Und hier könnt ihr natürlich damit auch noch sehr schön das Latex verblenden. Am besten macht ihr es einfach bis zur Augenbraue hoch. Ich finde, das sieht am gruseligsten aus, weil dann hier oben nicht mehr dieses Highlight quasi ist. So, das finde ich jetzt ganz schön gruselig. Also das ist natürlich ein bisschen übertrieben, alles mit verschmiertes Make-up, ne. Aber ich finde, das sieht ganz cool aus. Und weil ich meine Haut jetzt gerade noch zu schön für den ganzen Look finde, nehme ich mir so eine Stippling Brush und gehe wieder in diesen schwarzen Ton. Das wird jetzt so zombie-mäßig. Dann müsst ihr vielleicht den Hals auch noch so ein bisschen in diesem Ton haben. Und dann habe ich mir überlegt, würde es, glaube ich, ultra cool aussehen mit einem nudefarbenen Lippenstift. Das heißt, man sieht eure Lippen kaum mehr. Beziehungsweise ich nehme kein nudefarbene Lippenstift, sondern ich nehme einfach meinen Concealer und decke meine Lippen so ein bisschen ab. Und dann mache ich mir hier unten noch ein bisschen scharzen Lidschatten innen rein, beziehungsweise auf die Lippe, aber eher im inneren Teil. Es gibt nochmal einen ekligen Effekt. Das ist der fertige Look und ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, als was ihr an Halloween geht. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und gebt diesem Video ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es halt einfach bleiben. Und ja, ich freue mich jetzt ultra, ultra, ultra mega doll aufs Abschminken. Nicht? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Oh, das zieht schon ein bisschen. Diese ganzen Mini-Gesichtshaare. Ich habe das Gefühl, die werden gerade alle rausgerissen. Gibt euch das mal, wie fest das ist. Eigentlich könnte man auch so gehen. Oh, scheiße, tut das weh. Irgendwie eklig aus. Oh! Oh! Ich bin ja schon immer Piense beim Pflaster abziehen. Das ist wie so ein Tape im Gesicht, ne? Oh! Ah! Ich bin ja schon immer